Musik 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 Und ich studiere jetzt in Offenbach. Ja, und das bisher macht Spaß, aber diese Online-Sachen, die sind schon anspruchsvoll, würde ich es nennen. Also nicht mehr vor Ort in der Uni sein zu können, nicht mehr die Werkstätten der Uni nutzen zu können. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.